Bitte stell dich doch erstmal vor. Hi, ich bin Arno, ich bin von CupCycle und ich bin meistens Student an der TU Berlin. Was hat es damit auf sich, CupCycle, was ist das? CupCycle ist ein System, was Mehrwegbecher herstellt und bereitstellt und vertreibt und so ein System etabliert in Institutionen zur Zeit. Das gibt es seit mittlerweile drei Tagen. Heute ist unser dritter Tag und es gibt es hier in der TU Berlin, es wurde eingeführt und jetzt auch bei MacPlanet, unser erster nicht-universitärer Kunde. Wie sieht es mit den anderen Universitäten in Berlin aus? Ja, wir werden überhäuft gerade von Anfragen, also sowohl von Medienseite als auch von Universitäten, also auch Greifswald, Hamburg, verschiedene andere Unternehmen haben es schon angefragt, auch bevor wir schon existiert haben. Wir merken, dass es ein sehr interessantes Produkt ist, also auch eine sehr interessante Idee einfach für viele Leute und wir würden uns freuen, wenn wir natürlich in verschiedene andere Orte gehen könnten, aber wenn das auch viele Nachahmer finden, das ist uns eigentlich ziemlich egal. Und um mal kurz zu erklären, was eigentlich diese Idee hat, ist, also unser Motto ist Müll weg mit Mehrweg, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Und es funktioniert so, dass man, also hier ist auf dem Becher erklärt, wie das funktionieren soll, der Student macht ganz viele Sachen oder die Studentin, dann wird immer, weil Studierende ja so ein großes Bedürfnis haben, wach zu sein, in der Prüfungszeit immer sehr viel Kaffee getrunken oder auch Tee oder andere Sachen, wenn es dann alle ist, wird es normalerweise ja weggeschmissen. Also die To-Go-Becher gehen halt ab in den Müll und das fanden viele Leute hier an dieser Uni schade, weil die gigantischen Müllberge, das Quoll aus diesen Mülleimern raus und weil hier der Kaffee so unglaublich billig ist, 40 Cent kostet der, früher noch 35, vor einem halben Jahr, haben sehr viele Leute immer sehr, sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Und deshalb gab es diese gigantischen Müllberge und es hat die doch etwas, also manche grünen Leute hier so ein bisschen gestört. Oder Leute, die so ein bisschen darüber nachgedacht haben, was man, ob man vielleicht doch mal recyceln sollte. Und das Schade an diesen To-Go-Bechern ist, dass man die nicht recyceln kann, weil die sind aus Pappe, woher die Pappe kommt, weiß man nicht so genau, aber die sind innen drin noch plastikbeschichtet und deshalb können sie nur verbrannt werden. So, und dann haben wir uns überlegt, das finden wir nicht so toll. Und in verschiedenen so Kursen, Uni-Projekten, in verschiedenen Orten, also ich wäre in der Zwischenzeit noch in den USA, an so einem Businessplan-Projekt teilgenommen und meine anderen Kollegen waren hier und haben weitergearbeitet an dem Modell. Dann gab es nochmal eine andere Idee, so eine Gruppe. Das hat immer nicht so richtig funktioniert. Und im Januar haben wir zusammengetan und haben dann endlich mal gesagt, so, jetzt müssen wir das mal angehen, das müssen wir jetzt starten, weil sonst wird es nicht mehr. Und dann haben wir uns überlegt, dass das System kein Pfand haben sollte, weil wenn es Pfand hat, das nervt. Wir wollen nicht, dass das System nervt. Das muss genauso gut sein wie ein To-Go-System. Und deshalb muss man auch überall wegwerfen können oder in Becherboxen sammeln können. Und jetzt kommt diese Becherbox ins Spiel. Man wirft den Becher, weil man ja kein Pfand dazu bezahlt hat, einfach in die nächste Box, die direkt neben dem Müll steht. Also man wirft es nicht in den Müll, sondern neben den Müll. Und dann geht es wieder zurück in die Waschmaschine oder in dem Fall in die Mensa, wo es gewaschen wird. Und dann zurück in die Cafeterien und dann ist es halt dieser Becherkreislauf, so nennen wir das. Und das ist Cup-Cycle. Deshalb heißt es Cup-Cycle. Die Becher, also jetzt kam gerade noch die Seitenfrage aus dem Publikum, aus was die Becher bestehen. Die Becher sind aus Prol-Popylen. Der Druck ist unbekannt, was es genau ist. Aber das Material ist reines PP und deshalb kann man das recyceln. Die Becher werden, also deshalb kann man den Stoff weiterverwenden später. Die Becher werden hundertmal recycelt wahrscheinlich und dann später stofflich weiterverwendet als Mülltonnen. Also ein bisschen Downcycling. Ah, interessant. Und wie viele Becher habt ihr jetzt zum Anfang erstmal produzieren lassen und wer hat die finanziert? Genau. Jetzt kommt hier unser Sponsor ins Spiel. Also wir haben eine mittlere 1.000-Stück-Zahl produziert. Was heißt das? Mittlere 1.000-Stück-Zahl? Wir haben aber noch einen Konkurrenten, deshalb sage ich das jetzt nicht so genau. Aber unser Sponsor, die Alba Group, hat uns super unterstützt. Auch die Freunde der TU Berlin haben uns super unterstützt mit Geld in dem Fall, weil sie sagen, das finden sie ein super Projekt. Und gerade für Alba macht das Sinn, weil es eine Recycling-Company und die wollen gerne irgendwie so Recycling-Themen in Verbindung bleiben. Und natürlich auch mit Studenten in Verbindung kommen, weil das ist ja in der TU Berlin dann durchaus der Fall. Die Alba Groups ziehen wie nur die Straße runter, deshalb fand ich das Projekt interessant. Und im Endeffekt kann auf lange Sicht dadurch ja auch absolut Geld gespart werden, richtig? Also das werden wir jetzt rausfinden. Unser größter Unsicherheitsfaktor ist, ob die Becher wieder zurückkommen, weil es eben kein Pfand gibt. Das probieren wir jetzt gerade aus. Wir haben dann auch keine zuverlässigen Zahlen darüber, weil wir haben erst zwei Tage Unibetrieb mitgemacht. Und am Anfang vermuten wir schon, dass ein paar mehr Becher irgendwie doch verschwunden gehen, weil sich Leute die Sachen mit nach Hause nehmen, der Freundin schenken oder ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall, später soll es schon so sein, dass der Becher günstiger wird als der Einwegbecher. Aktuell kriegen wir auch genauso viel Geld wie der Einwegbecher und das ist halt nicht rentabel, deshalb brauchen wir als Sponsoren. Eigentlich wollten wir keine Werbung drauf haben, aber das geht zur Zeit auch nicht. Und deshalb müssen wir halt jetzt schnell wachsen und ganz viele Becher haben, damit wir auch keine Sponsoren vielleicht mehr brauchen oder keine Werbung machen müssen. Und dann auch in einer größeren Skala das auch günstiger vertreiben können. Und dann ist es günstiger. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg und vielen Dank.